Da hinten ist einer, äh, dahinten war noch einer. Ja, warte. Hier ist keiner. Gut, wo ist da hinten? Ähm, bei dem... Geschossen. Geh mal ein bisschen zurück. Ja, war das gut, ja. Ja, hab ich. Oh, Mann! Er steigt einfach aus. Ja. Y. So. What the fuck ist jetzt los? Es lädt. Ich bin Loading Screen, ich bin wieder Loading Screen. Ah, das ist nicht hinten drin. What the fuck? Ich sag gerade zweimal geladen. Äh, ich hab ja gar keinen Raketenwerfer. Ich kann ein paar Zerminen werfen. Super. Ja, das ist schon gut, wenn uns jemand verfolgt. Also ja, dann hast du was. Juhu. Ah, ja, wisst du so, dass ich nicht so der Fahrer bin, ne? Ich bin nur der Fahrer. Nicht der Fahrer, sondern der Fahrer. Fahrst du in Tee aber hoffentlich, ne? Außerlandsrecht. Natürlich. Dann schau dich immer wieder um. Du brauchst dich nur gerade ausfahren und dann quasi die Maus im Kreis drehen immer wieder. Ja, ich fahr, äh, ja. Wer ist der hier aus der Welt raus? Möchte ich anmerken. Ach so. Ich fahr lauter nach Kürbissen zu. Ich glaub, so weit außen stehen die nicht. Normalfall sind die irgendwo in der Nähe von... Races. Ja, ich fahr den. Wir könnten ja mal hier Stillwatch wieder fahren und dann wieder runterfahren zu Echo Valley. Das ist jetzt schon so eine kleine Fahrmerroute von uns geworden. Ja, da kann man mal gucken. Also, wo muss ich hin? Darüber. Aber von hinten sieht man es echt schwer. Ja, du musst echt ziemlich schnell gucken. Ja, aber es bewegt sich halt auch alles. Ja, wenn der Fahrer einigermaßen gerade fahren könnte, dann wäre das praktischer, aber... Ja, das kannst du ja auf Ehrenweg gar nicht. Das kannst du auf keinem Kunden eigentlich richtig gerade fahren. Weil überall immer Bodenwelle drin ist und du springst wie so ein Gummi da drüber. Ja, hab ich schon. Aber auf Emerich zum Beispiel kann man schon geradeaus fahren. Ups. Was ist das? Nö. Da fahren wir jetzt mal nicht runter. Oh, Leute, das... Ich hab nicht so Glück wie Sven's. Wer hat da mehr Glück gehabt? Du musst nicht wieder fahren. Nein. Ich fahr noch ein Stück. Au, voilà. Ich mag es wieder fahren. Alter, warum aktiv ist das Brandunterdrückung? Ich hab X gedrückt und wollte N drücken. N. Für NEIN. NO. Ich wechsle nicht. Wer will jetzt fahren? Warum will sie fahren? Unser Fähpunkt. Rechts. Akku vollgeladen. WTF? Ladegeräten. Ey, was war das? Ein Hubbel. Ein Hubbel. Ein Hubbel? Ja, aber wir sind irgendwie ganz komisch geflogen. Ja, ein Hubbel halt. Ein Hubbel? Ein Hubbel. Ein Hubbel. Ein Hubbel. An der Höhe. Ein Hubbelbubbel. Ja, dann können wir doch. Fahr mal dahin, wo eben der Ding gespawnt ist. Die Laterne. Ja, ich soll wieder zu Ellie fahren, oder was? Bist du behindert? Hä? Wo ist der Wegpunkt? Ah, der ist ja noch bei Stillwater. Ich will ja da runter, will ich. Oh, ich bin ausgestiegen. Oh, Sven rennt hinterher. Das sieht auch gut aus. Hey, Markus, bleib stehen. Du darfst von mir aus fahren, aber du darfst nicht mitfahren. Hm, ist gerade weitergefahren. Ich habe hier zusätzliche Wunten. Hm. Aber wo muss ich denn jetzt hin dahinter? Und am besten fahre ich den Weg über die Rallye. Das war ein Kampf, aber das sind viele Körpersäle, das weiß ich. Und so viele brauche ich ja gar nicht mehr. 15. Dann habe ich endlich Stufe 3 die Kürbisse abgeschlossen und dann brauche ich noch Laternen. Oder ich brauche halt maskierte Kills. Na, dann musst du halt welche töten. Ich habe ja schon die maskierten Kills, habe ich ja schon die erste Stufe. Ich brauche 100 Futur. Ja, aber ich brauche 15. Ja. Da ist einer. Oh, Kürbis. Wo? Wahnsinn. So, bevor der Leitung dahinten den wiederholt, wie vorhin. Da hinten ist einer, äh, dahinten war noch einer. Ja, warte. Hier ist keiner. Gut, wo ist dahinten? Äh, bei dem lila Pfosten, wo da aus dem Boden rausragt, dem Kristall. Bei dem lila Pfosten, ja da. Links, 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 links. Geradeaus. Ah, bei dem Stalag Krixi. Ja, da ist einer gewesen. Bin ich mir 100% sicher. Ah ja, ich seh'n. Und bei uns. Markus, da, ne? Oder tausch mit Sven, dass Sven auch mal wieder einen kriegt. Oder raussteig. Oh, ne, dann kriegt ihr ihn ja nicht. Alter, jetzt hab ich wieder doppel-loading-Screen. Mach. Ja. Und du fährst schon wieder in die falsche Richtung. Wieso denn? Weil der Wegpunkt genau entgegengesetzt ist. Ups. Weil die ganze Zeit dahin, wo wir grad waren, dann muss ich nicht, dass wir keine Kürbisse finden. Ups. Kann passieren. Oh, da sah er noch. Wo? Ja, da. Links, links. Fahr mal noch ein Stück nach rechts. Ja, ich kann den nicht treffen. Du musst so fahren, dass ich mit dem... Da weiß ich ihn. Ja. Perfekt. Yo. KS. KS. Hab ich genau gesehen, das war ein KS. Ich wollt' schießen, dass du dann ein Ding haben, wenn du gleich schießt. Ja, ich hab' mitgeschossen. Das ist der Moment. Ich bin noch ein Stück gefahren, deswegen bestimmt auch noch. Ich bin auch noch ein Stück vorwärts gefahren. Ja, ich hab' getroffen. Aber Markus hat halt dann geschossen, wo ich den Kürbis schon fast tot habe. Späch. Ja, das ist echt so. Oh, lecker ist er. Es waren schon noch zwölf Stück. Es geht eigentlich echt ganz schnell, wenn man jetzt so... Hier beim Alarm geht's echt besser. Muss ich sagen. Ja. Aber vielleicht konzentrieren sich die Leute auch nicht auf das Suchen so, Alkir. Ja. Stimmt, wir sind bisher wenig Suchern begegnet. Na eben, wir kämpfen ja. Wow. Der wollte uns töten. Ne, der wurde runtergefallen. Ist das jetzt ein Wegpunkt? Ja. Wir sind am Wegpunkt jetzt für ihn. Was? Wir sind am Wegpunkt jetzt für einen neuen Wegpunkt. Wir sind mitten im Feindgebiet. Ja und? Ja, dann lass noch mal Ellie fahren. Mach'n Wegpunkt, ich fahr' hin. Ja, vor dir. Ja, wir sind mitten im Warnunggebiet wieder das, wo wir von direkt grundvon den Skys. Achso. Oh oh, oh 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 oh. Soll ich übernehmen? Nein, das kriecht ich auch. Juu... Uh... Der ist gut gefreh. Der ist gut gefreh. Er ist einmal links, dann der Base ist auch einiges. Von dieser Luft-Baster, die links von uns ist. Ja. Wenn wir da mal hoch fährst aber bei den Stellakneten ist manchmal was oder unten drunter oder steht auf ein Sanderer unten drunter. Wo ist er schießt, du uns? äh ja fahr übernimm du übernimm du y jetzt hab ich nur ein loading screen voll geleckt gerade alter ja weil ich loading screen ich hab total und ich will nicht machen wenn du schreist übernimm du drück halt einfach f3 bevor du schreien anfängst was du von mir willst 2000 punkte nur durch ne ja du machst richtig fett punkte damit aber ich glaube ins wahngebiet reinfahren ob das so schlau ist weiß ich nicht dann lass mal nordverstärkerstationen von 1000 abfahren das kann man nicht ganz gut bei uns was denn not wo ist not ich würde sagen das ist jetzt so ungefähr die letzte runde nach zehn minuten haben wir bisschen mehr als zehn minuten ja ne haben wir nicht mehr haben wir nicht mehr haben wir nicht mehr haben wir nicht na gut wenn man so spät anfängt dann muss man auch irgendwann aufhören jetzt ist mir klar ich hab zehn minuten schon vor aufgenommen echt ja gut gemacht denkt manchmal auch ein bisschen mit aber hättest du halt zu mir was gesagt ich war die ganze zeit am ts und auch online ich habe ja schon einmal angeschrieben echt das habe ich doch nicht gesehen vor lauter reden passt ja das war ja nicht ich habe noch ein bisschen zu unserem upload plan ein bisschen was erzählt und so und dann passt das und dass ich world of warship machen will dass ihr sehr begeistert davon seid ja ich habe nichts weil ein kumpel von uns hat jetzt schon angespielt und äh größter bullshit ich fänds richtig geil und das ist die aussage von jemandem der gern world of tanks gespielt hat ja world of tanks ist auch kacke world of tanks ist auch kacke world of tanks ist schon äh leckst du jetzt oder was ich hab grad geguckt wo oder wie gut ist wir wollen ja wieder bei den wands rein fahren oder voll gegen die wand ja hab ich nicht gesehen so hier sind auch irgendwo welche glaube ich ui interessant das war so ein kleiner überblick ja darum bin ich ja so gefahren naja das war mein überblick